Hallo und herzlich willkommen bei RetroCamping. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Junes Junior Wimbelbild Detektivspiel. Viel Spaß. Okay, und da sind wir schon ein bisschen lauter. Ich höre nichts. Ah, okay, ich höre was. Gut, gut, gut. Ein Geschenk abholen. Oh, ein bisschen Zulauf. Die ganze Zeit kann nichts. Und dann noch. Brieftkasten aus Deutschland. Okay. 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 Boah, was hat der denn hier gemacht? Ein Labyrinth. Ach ne, da war ich doch grad schon. Da war ich auch grad schon. Schicker finden. Ja, gut gehört. Das war glaube ich der Erste. Ne, zurück nach Hause. Ich bin noch Brot gefahren. Ja, 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 ja. Gut, dann machen wir einfach zwei Runden. Und was? Halb geschlossen. Jetzt geht's los. Geldböse, Fächer und Mann. Mann, Fächer, Geldböse. Okay. Eine Kumpel. Muschel. Was ist los mit mir? Ja, ja. Ich sehe hier gar nichts. Muschel. Ufer. Taucherheil. Ein Handtuch. Oh. Ach Gott. Ach, ne, ne, ne. Mann. Von Ohn. Fächer. Was ist los mit mir? Ich bin noch auf Plast 7. Muschelhandsentuch. Kronleuchter. Handtasche, Lupe, Taucherein, Kutsche versteckt, Korkenziell, ein Windsack, Krabbencocktail, das ist ein Windsack, da, so wenig noch, Leuchte und Handtasche Gäng Blumenkränz Ne Krabbe Wasser Turm So Das sieht nicht als Garaffen dann Der Garaffen Probe Okay Das ist dann Probe Hm 62 schon Tauchereien Geldbörse und Fächer Handtasche heiße ich gesehen Schriftrolle Kescher Boah ich find gar nichts hier Schriftrolle Blumenkrän Handabdruck Oh Eisquil Ah der Eisquil Das ist doch den Kescher Schriftweifelke Ach Kronleuchter Windsack Kronleuchter Windsack und Muschel Torte Krabbenkottel Kratz Kifel Kronleuchter Kaffee 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 Pelikan, ok. Karaffe, Torte, Krabbel, Küche, Schuhe, Schmetterle, Eimer, das ist kein Eimer, das ist der Eimer. Das ist der Anker, Schuhe und Schmetterling, das sind Schuhe und Schmetterling. Da sind die Schuhe und die Schmetterling. Hä? Da. So ein Mist. So ein Mist. Bündel, Handtasche, Korkenzieher, Korkenzieher, Handtasche, Bündel, Torte, Eiscreme, Schleife, Wesenhandabtort, Grammophon, Wesenwasser. Und das ist Camophon, das ist Messer, da ist der Besen. Schuhe hier und andere hier. Ok. Fächer, Fächer, Winser, Melikan, Winser, Fächer, Handtasche, Schleife, Masse, Turm, Blumenkransmesser, Schuhe, Anker, 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 Anker. Anker, Handtaschen, Fächer, Anker, 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 Handtasche, Fächer, Perikan, Schrifträume, Blumenkransmesser, Kranz Ach das war dann ja Spielkarte Eine Tasse Und da ist die Ananas Ausgelegte Frucht Und da Der Reimer war hier Eine Tasse Kompass Da Ist aber voll Drei Sterne Jawohl Danach ging noch eine Runde Ok Gelbbörsenfächer Und Eine Geschenkschachtel Das ist eine Geschenkschachtel Gelbbörsenfächer Tampfpflänze Schmetall Einmal Einmal Am Tag Ach geschafft Aber Airex Sebelin Rpw Nummer 7 Wo ist ja die 7 Wo ist ja die 7 Warte Das ist doch keine 7 Das war Das war doch kein 7 Einmal 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 Hüttürbörsen Hütteln Karafen Fernglas Kescher Becher, Bebeck, Kompass, Wasser, Bebeck, Teetasse, Nummer 7, Seestern, Seestern, Teekanne, Leuchtturm, Teekanne, Leuchtturm, Teekanne, Da ist es, Seestern, Hallo, Teekanne, Geht nix, geht nix mehr, hm, keine Energie, zurück sollten sie, ja, was soll ich denn dazu sagen, wenn ich keine Energie mehr habe, Mist, ich dachte, ich kriege wieder ein Kapitel fertig, ne, 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 ich mache erstmal dieses Kapitel fertig, muss gemeistert hinter stehen, okay, nicht Kapitel, aber, jetzt lass ich mal, da steht ja auch ein Beigemmeistert hinter, ne, der nicht, hm, komisch, komisch, also habe ich den letzten bei Kapitel 1 noch gar nicht fertig, aber hier steht abgeschlossen, oder das war gar kein, ich glaube, das war gar kein Puzzle, hm, egal, so, ich habe drei Geschenke, fünf Energie, öffnen, fünf Energie, öffnen, und was ist da drin, zwei vor sieben, klar, 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 kann ich denn auch irgendwas machen, ich denke nicht, da muss ich alles kaufen, da habe ich kein Geld für, verkleiden, nein, eigentlich ist es bestimmt alles gesperrt, 30, 30, 30, 30, okay, Haus, besitzen, besitzen, zwei, zwei, eins, 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 okay, das kriegt man Windeln als Geschenk, das kriegt man auch als Geschenk, 24.000, ein anderes Haus, Schaffen könnte ich noch gebrauchen, oder, oder ein Esel auf dem Rücken liegt, Schauen wir erstmal, hm, die Statue, kann ja da bleiben, Kapitel 7, da ist ein empres teacher für Nachden. Hier ist der Pickering. Vielen Dank. Ah, die Wachhunde bleiben da. Obwohl es ein Bier geht, mit denen spielt man ja. Es ist ja nur eine Jagd und keine Wachhunde. Ja, das ist ja nur eine Wachhunde. Ich habe ja noch 60. Ich schaffe vielleicht doch noch die Runde zu Ende. Erstmal muss ich da schauen. Das kann ich noch spielen. Aber jetzt bin ich erstmal bei denen hier. Du musst den natürlich erstmal weiterspielen. So, die Ananas, Korkenzieher und die Handtasche. Okay, Gau. Eine Torte, Topfpflanze und Gepänk. Da einmal. Zeppelin auch hier oben. Löffel jetzt. Und eine Kette. Das meinst du nicht als Kette. Okay. Boah, da in den Glas der Löffel. Wo ist die Kette? Da. Da ist die Kette. Und nichts. Boah, ärgerlich. Winzack, Taucherheil, Karaffe. Winzack, Taucherheil, Karaffe. Spielkarte, Kecha, Debesen, Schmetterling. Was, wo war das? Das war das. Kreuz, Schmetterling, Leuchtturm, Schmetterling war hier. Der Leuchtturm war da. Die Erdbeerung war da. Springer. Wo ist denn hier Schachfigur? Ist bestimmt Schachfigur. Ah, da ist ein Kreuz. Da ist der Springer. Der Springer, der springt nicht, der liegt. Das wäre ein Neger. Okay, weiter geht's. Handtasche, Holzfass, Schriftrolle. Der Blumenkranz, die Krabbe, auch die Früchte. Der Kompass, die Schuhe, die Erbe und der Zeppelin, der Springer. Und die TK, ah, perfekt. Das heißt, noch ein Platz höher. Platz 5. Platz 5. Ja. Boah, ganz knapp. So, Platz 4. Noch 2. Fächer, Fächer, Korkenzieher, Blumenkranz. Fächer, Korkenzieher, Blumenkranz, Fernglas, Schuhe, der Ananas, die Spielkarte, der Schmetterling, die Kette, der Nüffel, die Teekanne und das Wachskreuz. Das war das Kreuz, das war das Kreuz. Perfekt. Level 3. Level 3, nicht Level 3. Drückbeste. Nächster Sternenfolger. Das ist mir angreifend. Ich got it. Nicht, ja? Nein? Boah, das gibt's doch nicht. Handtasche, Lüftschlange. Ist ja Lüftschlange. Balloon ist da. Wo ist die Lüftschlange? Was meint die mit Lüftschlange? Ach, die hier unten. Okay. Handtuch. Ach, Handtasche. Ach, nein. Voll verpeilt. Angegute Nummer 7. Angegute. Angegute. Angegute Kapitänswütze. Rosenmuster. Oh, weia. Da ist die Kapitänswütze. Der Haken. Da ist ein Paddel. Papier. Flieger. Papier, Flieger, Haken. Da ist der Haken. Nein. Okay. Was war das gewesen? Skorpionsymbol. Haken, Papierflieger. Papierflieger. Da ist der Papierflieger. Haken, 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 Skorpionsymbol, ist nur ein Symbol, das ist kein Skorpion. Ah, das ist das Skorpionsymbol. Ich hab das sowieso nicht gesehen, aber... Ne. Sexuelle Insel. So ein bisschen. Ehrlich. Und, was soll denn da? Gewöhnlich. Gewöhnlich. Ist ja nicht klar. 15. Das heißt, doch mal eine Runde. Wow. So kurz davor, um fertig zu sein. Ich schaff das einfach nicht heute. Muschel, Krabbe, Besen. Muschel, Besen, Krabbe. Erdbeeren, Gepäck, Teekanne, Sieben, Reiter. Springer war es. Ach, Mensch. Au. Ein Baum. Ein Leider. Ein Fischernetz, das war. Das ist Fischernetz. Ach, da ist die Leute, hab ich nicht gesehen. Spazierstock. Baum. Ein Baum. Ah, da ist der Baum. Spazierstock. Das ist ein Spazierstock. Ich dachte, vorhin, das wäre so ein Reisenhaken. Boah, bin ich schlecht heute. Ich hab eine ganze Geschichte heute nicht geschafft. Aber es läuft mit Absicht so. Es wird bestimmt immer schwieriger, was zum Ende zu bringen. Stefan Reddog. Ja, genau. Ein Geschenk. Oh, einsam. Das ist ein Spazierstock. Das ist ein Spazierstock. Das ist ein Spazierstock. Ich würde mal sagen, da kann ich nicht mehr viel machen. Bis jetzt in 10 Minuten warten, bis ich wieder eine Runde spielen kann. Das mache ich natürlich nicht. Das dauert mir viel zu lange. Ich schaue noch mal kurz hierüber nach. Aber nee, das ist auch nichts. Gut. Dann bin ich mal sagen, das war's für heute. Wieso abbrechen kann ich das Spiel nicht? Dann mach ich das so. Und ich sage, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da dringend mal seid. Bis dahin wünsche ich viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.